was sehr peinlich ist ein lachkrampf auf einer beerdigung stellt euch bitte vor friedhof offenes grab sah gerade rein gelassen eine alte dame steht vor dem offenen loch will eine blume in das grab werfen und schwupp wirft es rechts daneben ja also die blume landet nicht im loch oder sage sondern rechts daneben weil es war halt zu weit wahrscheinlich und da kriegt man einfach ein lachkrampf man steht auf einer beerdigung und muss lachen und man wird es dann auch irgendwie nicht los leute das ist peinlich also bei beerdigung sollte man keine lachkrämpfe kriegen auch nicht bei der eigenen übrigens